So liebe Leute, herzlich willkommen zum Bus Simulator zurück. Nach der letzten sehr langen Folge, die wir knapp eine Stunde hatten. Da muss ich gerade gucken, da ist eine gute Stellen. Warte mal, den nehmen wir mal mit rein. Wir machen so, dass ich ein bisschen einfach habe. Und so, die muss man natürlich jetzt wieder... Gut, dann gehen wir da hin. Dann fahren wir die. So, weiter geht es heute mit dem Aufbau dieser Stuhl, dieses Viertels. Also ich passe jetzt auf dem Aufbau. Wir haben jetzt wieder alle Haltestellen mit drin in diesem... dieser Rote hier. So. Wie gesagt, heute geht es wieder darum, heute schon auszubauen oder beziehungsweise das Ding hier auf Schrifterei zu bringen. Und hoffentlich ein bisschen besser jetzt. So. So. Dann haben wir alle Fakate, einfache Fakate. Halt. Wachenkarte. Wir kommen, neueams, Take NOT- Wachenkarte. Ich habe es jetzt ein bisschen angenehmer gemacht, mir die Haltestellen mal. Quasi fahren wir jetzt von außen nach innen, mehr oder weniger. Es geht vielleicht ein bisschen praktischer, aber wir werden es ja mal sehen. So, hey! Keiner. Dann hätten wir noch ein, zwei Leute, die draußen wollten. So, Gallup Drive ist die nächste Haltestelle. Ja, das muss er jetzt machen. Normale verkackte Wochenkarte. Halt, die Haltestelle brauchst du. So, wir fahren wir hier, dann. Ja, das war jetzt praktisch, dass wir jetzt doch viel lang gefahren sind, weil wir natürlich wieder ganz rumfahren müssen. Das kostet wieder unbedingt Zeit. Wir sind sehr gut in der Zeit gerade. Eigentlich viel zu früh. Aber ist egal. So, jeder Haltestelle, die... Zank, es ist mittlerweile auf zwei. Deckard, please. Deckard, please. Das geht auch, freundlicher Kollege. There we go. Thanks. Got it. Is terrible. Ich verstehe mal terrible, also schrecklich. Oh, so. Und jetzt kommt der지. Das ist ja gut. Ich bin ja ganz nett. Auch der Schloss, der Schloss, der Schloss, der Schloss, der Schloss. So, Seniorenticket, eine Referkarte, drei Stück draus tun. So, jetzt halte ich das direkt hier unten, halte ich dann mal sieben. So, einige Altersstellen können auch ausgebaut, können jetzt weiter ausgebaut werden. Also theoretisch wissen, wir diese Route hier noch ein paar Mal fahren und jetzt sind wir eigentlich durch. Jetzt sehe ich das relativ zügig hoffentlich. Soll ich da deine Musik anmachen? Aber das ist doch an dir. Hey, hallo. Danke. So, da ist schon der Falsch. Ich dachte schon, das ist jetzt wieder... Komm, wir haben ja ein bisschen Zeit. Wir können ja kurz kontrollieren mal. Bestimmt sind wir doch ein Schwarzfahrer. Direkt der Zweite. Nein, nein. Ihr könnt auch hier rumstehen. What the fuck hat das Füllte mit einer Protektion einer. Fünf Stück hintereinander weg. Weniger sind immer so viele im Bus. Und trotzdem nehmen wir dann quasi im Jahr oder weniger... Einige schwarze Schafe im Wasser des Wortes mit. Einige Schwarzfahrer oder mit zwei Gefahr... Was heißt ja nicht Schwarzfahrer, ist das ja... Mitreisende ohne gültigen Fahrschein. Einige Schwarzfahrer. So, weil ich da gerade ausgeworfen bin. Was ist das für ein witziger Tag? Und zwar ist das für ein Witziger. Was ist das für ein Leid? Wir ziehen hin, das ist es. Also, mitreisen ohne gültigen Fahrschein ist ein Angegab. Jetzt sind fünf Stück dabei jetzt gerade ab. Es ist nicht so einfach, um ein Essen zu machen. Perfekt. Ich habe mir eine Zeit für mich, wie es zu lernen. es ist wieder viel los viel dürfte jetzt auch nicht mehr sein so ich habe es dann vor uns oder ich hasse das wenn wir es warten das ist für die baustelle nein es ist sorry dass ich jetzt gerade ein bisschen die abkürzung nehmen aber wie ich es gestehe gerade bisschen nerven würde so das ist klar das seien also eigentlich richtig da wird er mal schenken mit der laterne so halte ich wieder weg ausgewogen ich glaube ich werde mehrere Tickets brauchen so, Senior Ticket einfach verkaufen nicht gerade fehler sich jetzt noch nicht mehr sagen wir sind schon auf 4, teilweise der Größe auf 3 und da war ein zweier ich habe ja unsere anfangs hatte schon diese rute ist auf 1 neuen sinn so halte ich noch mal elf ist da vorne ist die neun und dann wollte aber geil ich bin natürlich jetzt aber nicht der zweitag mit geht es um die 80.000 müssen sein so so und dann der vorletzten heute für diese rote hier ich würde auch da eisekalt stehen bleiben es macht natürlich am meisten sinn also die hände dass wir den pcs ist aber sehr schlimmer so geht ja gesagt der ist einfach einfach irgendwo stehen wir wollen schon gehört Okay. Hi. so halten wir mal die dinger da auf was sagt hier aufgeliehen so letzte stelle ist die nummer 13 dann haben wir die route und ich muss sagen sie ist von der strecke her vom strecken verlauf her deutlich einfacher als das feuer ja der vorderste alte stelle und der vorteil ist dass hier rechts durch die erste seite so halte ich ja nun mal ausgebaut wird es fehlen darunter ist noch eine die zwei die einzig haben wir fast alles es fehlt uns tatsächlich nur noch diese halte stelle hier silva park west und dann müssen wir alle eigentlich auf drei jahren und dann müssen wir die aufgabe gelöst hat ja es fehlt uns ist nur diese eine alte stelle hier und dann hätten wir die aufgabe gelöst so unterstellen das heißt die müssen die sollte weil ich alle ausgestiegen sind ja die nehmen wir stellen wir auch dass der fahrgast doch und da steigen kann und dann fände ich das einhalten mit 89,3 prozent effizienz und zwar die eine route hier noch nämlich die 33 da plane ich ein vollzeitfahrzeug für ein und wir müssen so nach wie vor ausbauen dann haben wir nämlich alle durch einmal und dann haben wir das geschafft warum auch immer hier noch ein auto steht wir müssen sie natürlich jetzt wir müssen jetzt ein bisschen weiter fahren damit wir heute noch die mission abgeschlossen bekommen das ist dann wäre dann super wir müssen jetzt ein bisschen weiter wir müssen jetzt nicht wirklich zuraltestelle ausbauen gleich dann bleibt mir die saalzustelle ausbauen ja nicht ich nicht so ist es nicht schnell jetzt habe ich zu spät ja dann stehen wir doch nicht im wege gott ich will auch quer bei der straße stehen ich muss ja bis in zeit zeit rein holen die spät fahrplan deswegen gebe ich jetzt gerade ein bisschen gas ich weiß dass sie gerade jetzt so leute rumlaufen ja ich fahre wie der gesenkt ist denn hier los ist aber weit ich möchte gerade so ein bisschen bis zur rabiat verhause gar nicht alles gut es geht in erster linie jetzt gerade nicht um die roters geht ja nur den ausbau der haltestellen ich fiel seit voll zu spät gerade kann man auch nicht we have a new guy at work he moved here from someplace his name's stefan believe it or not he's never showed up once since he started because he's sick all the time sick since his first day can you believe that single ticket please okay warum auch immer die nicht automatisch drin ist wird sich anschauen oder wird 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 aber so kannst du tatsächlich oder willst du da jetzt ich habe dann fahrers mitgenommen dass ich noch mal gehalten dass er gesehen habe ich habe das video ich hoffe dass er jetzt erfolge im abschließend nicht diese mission komplett neues viertel auf drei zu bringen ist ein bisschen anstrengend war begann sich mal dass dieses viertel waren kannst du nicht weiterkommt was ist das Die Strand von Benefibium! So, habe ich gesagt, wir haben das Kampel. Ich war die Rote, das ist ja zu Ende hier. Das ist jetzt verarschen wegen der scheiß Karre, die mir ins Auto gefahren ist. So, wollen wir so weiter aus. Wie gesagt, wir haben sie ja schon gleich fertig. So. Normale verkarte Tageskarte. Hallo. Hallo. Dann wird. Sofie. So, jetzt halte ich für den Bäcker-Praxize auf dem Sinne. Die Vera Street? Ach so, das war der Süda-Gang. Na ja, alles ist gut, wir haben sie geschafft, die Aufgabe ist gelöst. nach mittlerweile drei folgen wird also der folge zucker das ist halt das problem ist ja noch der erste teil zu stecken ist aber den teil nicht haben wir aussteigen wir haben es geschafft aufgabe gelöst liebe leute wir müssen sie nicht noch mal fahren und in der nächsten folge geht mit der nächsten mission weiter dann geht es mit zivio den strand weiter